hallo da draußen und willkommen zu einem neuen projekt video und zwar da es jetzt ja also es ist heute der erste november 2020 und da ist doch der nächste lockdown bei uns in österreich vor der tür steht und es auch danach aussieht als hätte ich dann ab 3 november also dienstag höchstwahrscheinlich wieder home office habe ich mich dazu entschieden an meiner jsa weiter zu malen und zwar ausgangslage sollte hier gezeigt der mail ist es sein ich habe mich da ein bisschen umgesehen jetzt da ich kürzlich diese bikes und die drohnen gebaut habe habe ich mich aufgrund dessen dazu entschieden dass ich die modelle natürlich auch spielen möchte und da ein bisschen geschaut was so möglich ist was ich auch gerne mal ausprobieren und spielen wollen würde und bin mit ihr hier abgezeigten liste herausgekommen und wie ihr schon seht ein großer teil der figuren ist zwar bereits grundiert aber noch nicht mal ansatzweise bemalt und eben die neuen modelle die ich kürzlich gebaut habe eben die drei drohnen und die beiden bikes sind noch ungrundiert und das soll sich jetzt im verlauf der nächsten zeit eben ändern und ich habe mir gedacht ich mache da eine mehrteilige serie daraus eben hier jetzt mal video 1 eine einführung wo ich ein bisschen auf die liste und das konzept eingehe dass ich mir überlegt habe ihr könnt da natürlich gerne jederzeit kommentare hinterlassen die liste gefällt von der stärke her oder von den figuren die ich ausgewählt habe ich will da gleich dazu sagen da ich nur gelegentlich infiniti spiele zwar jetzt mit ende n3 und n4 doch ein bisschen öfter aber trotzdem nur ein gelegenheitsspieler bin und es auch bei uns hier in keinster weise turniere gibt ist es für mich natürlich schwer einzuschätzen da wir jetzt auch nicht die große auswahl an verschiedenen fraktionen bei uns haben wie stark die liste eventuell tatsächlich ist daher bitte gerne in die kommentare haben für mich ist das mal so rausgekommen dass das zumindest mal so aussieht das könnte das eine recht starke liste sein aber ist jetzt nicht unbedingt mein ziel sondern ich wollte einfach auch die neu gebauten figuren mal einsetzen und bin daher mit dieser liste eben dann fertig herausgekommen und zwar was habe ich dabei ich spiele insgesamt zwei kampfgruppen und zwar in kampfgruppe 1 hier starte ich wie auf der linken seite mit dem roger und dahinter dem bangolin als hacker die idee hinter den beiden ist eben dass der hacker dadurch dass ja auch die roger ein repeater ist und damit über das ganze spielfeld eigentlich von hacker programmen betroffen sein kann weil eigentlich immer in der zone of control ist von hackern so gesehen dass er dann dementsprechend mit den support programmen ausgestattet werden kann oder mit dem support programm es ist der feier durch den bangolin und damit ist eben die sache klar der ruhig soll als erste welle quasi nach vorne durch das hacker programm es ist der feier eben verstärkt werden unterstützt werden vom bangolin der dann irgendwo in meiner aufstellung zone entdeckung hier vielleicht in irgendeiner ecke steht wo er möglichst gut geschützt ist dann als quasi zweite angriffswelle und support in der zweiten als zweite welle eben hier den ludo an der eben aufgrund seiner fähigkeit dass er holo mask und holo echo klar wie heißen die fähigkeit diese beiden hat wird er nicht als drohne die er eben tatsächlich ist also nicht als ludo an auf dem spielfeld aufgestellt also das heißt es steht nicht diese figur auf dem spielfeld möglicherweise eben auf der genau anderen seite als der frische aufgestellt wird sondern es wird ein bike aufgestellt also dass er dann quasi imitiert und aufgrund der zweiten fähigkeit mit holo echo können bis zu drei bikes dann aufgestellt werden so die idee dahinter wenn ich das richtig verstanden habe und eben so lange er selbst nichts macht wir stehen dort die drei bikes und der gegner weiß nicht sofern die liste nicht kennt dass eben hier diese bikes eigentlich nur anführungszeichen nur ein blu an sind und eben sobald sich die figur dann in bewegung setzt der hat in bewegung setzt oder der ludo an ich glaube auch ausweicht oder irgendetwas ähnliches machen würde weil auf ihn geschossen wird dann wird eben neben eines der bikes auf jeden fall eben wenn er aktiviert in meinem aktiven zug wird neben eines der bikes ein holo echo oder ein holo marker eben platziert damit für den gegner eben klar wird dass es hier sich um eine holo echo einheit handelt und damit kann natürlich der gegner dann auch dementsprechend arbeiten und die idee dabei ist eben dass diese figur also der die drei bikes die dann ja eigentlich nur ein modell sind eben der nur an dann nach vorne gehen um dann auf diese art und weil sie möglichst geschützt nach vorne zu kommen ist der gegner entweder alle modelle die eigentlich nur holo marker gewesen sind dann weg zu bekommen und da und schlussendlich dann eben der nur an auf diese art und weil dann irgendwo weiter vorne oder möglicherweise beim gegner dann sich eben spätestens enttarnt oder enttarnt wird als da als das richtige modell und dann ist es aber grundsätzlich schon zu spät weil er mit seinem glaubt schweren flammenwerfer dann schon vorne ganz gut wüten könnte das so mal die idee zu diesen beiden einheiten mit eben erster angriffswelle und dann unterstützend und als an 2 der angriffswelle eben der nur du an und dann habe ich in gruppe 1 ebenfalls noch ein core fire team eben bestehend aus auf der ganz links einer kassel zu paramedic dann dahinter einen also in der mitte dahinter ein kassel zu hacker und außen rechts hier der kassel zu mit hrmg dazu ein kämpfer mit chain of command und boarding shotgun und mit speed fire eben ein tomorrow die bilden zusammen ein core fire team um natürlich weitere orders zu generieren vorrangigen der brüche einsetzen soll oder einsetzen kann im verlauf des spiels und außerhalb des fire teams habe ich auch weil ich so viele drohnen natürlich auch dabei habe yuriko oder dabei als ingenieur zusammen mit einem jahr sauer und eben mit der option dadurch dass sie eben selbst auch als kaiser zählt für das core fire team könnte sie wenn der wenn das feierteam schrumpfen sollte das feierteam eben wieder verstärken auch wenn das dann natürlich bedeuten würde dass sich die aktiviert oder weil er ja nicht mehr zusammen mit der order des feierteams dann aktiviert werden kann aber ok das ist nicht das hauptthema mit dem ich vorgehen möchte in den spiegeln sondern das sollte nur als notfallplan gedacht sein die hauptidee ist eben dass sich juriko oder selbst in nähe des feierteams aufhält und in richtung möglicherweise das nun auch in der nähe des angoling vielleicht fast da irgendwas ein luftland oder so runterkommt und ihn ausschalten sollte dass ich den vielleicht noch hoch heilen kann mit dem ingenieur also mit ihr als ingenieur und eben der ja aus soll dann in der nähe des schön bleiben und auch wenn es notwendig ist möglichst schnell nach vorne zu kommen um auch diesen struktur mit punkte zurück zu geben und ihn so möglichst lange im spiel zu halten und die kampfgruppe 1 wird noch durch eine flash puls drohne für sieben punkte abgeschlossen die dann eigentlich typischerweise nur den befehl beisteuern soll in die erste kampfgruppe und dann habe ich eben noch eine zweite kampfgruppe diese bestehenden noch einmal aus einer zweiten flash puls drohne auch wenn hier jetzt die waffe angeklebt ist aber das modell ist das gleiche und natürlich macht keinen sehen vor allem hier im freundschaft spielen sich nochmal die box ein zweites mal zu kaufen um diese figur so wie sie hier ist ein zweites mal aufstellen zu können das geht bei uns vollkommen klar ich schätze auch weiß nicht wie es auf turnieren ist und daher dass eine zweite flash puls drohne daneben habe ich hier noch dabei jimbo mit seinen beiden crazy koala der sich punkte technisch noch ausgegangen ich hatte ihn jetzt in den letzten in der letzten zeit immer in meinen liste hatte aber eigentlich daran gedacht ihn wegzulassen hat mir dann aber dass wieder die kombination ein bisschen gedacht eben dadurch dass eben der hier die möglichkeit hat durch rauch durchzuschauen und durchzuschießen eben die möglichkeit hier dann selbst auch rauch erzeugen zu können um eben durch den rauch also den rauch dann auch für mich selbst nutzen zu können das ist der gedanke hier dabei auch wenn ja als söldner jetzt da keine grüne ohr da für mich generiert ist mir aber jetzt in kampfgruppe 2 nicht so wichtig gewesen und außerdem habe ich mir hier noch was anderes gedacht und zwar habe ich hier vorne dann noch die beiden letzten modelle von kampfgruppe 2 und zwar auf der linken seite eben der day ok den habe ich da ich mir eben zu beginn damals die jsa box geholt hatte ziemlich oft schon gespielt und dabei gehabt auch wenn er vielleicht möglicherweise nicht die stärkste einheit ist und stärkere möglichkeiten gibt gefällt er mir schon vom modell her sehr gut und ihn spiele ich hier zusammen nicht mit ojama sondern eben als proxy einen zweiten tomorrow und das ist in diesem fall auch mein lieutenant so wie sich wie ich sie jetzt mal aufgestellt habe ich hätte jetzt natürlich auch die möglichkeit die beiden tomorrow's hier wahlweise auszutauschen und dann tatsächlich mal zu sagen okay ich spiele mal sowohl die chain of command einheit also dann kämpfer als auch den lieutenant im chor feierteam um vielleicht den gegner mal etwas neues zu bieten oder er wird die meisten spieler werden wahrscheinlich davon ausgehen dass wenn hier eine chain of command einheit steht in dem core feierteam ist das dann möglicherweise wenn der tomorrow schon die die tomorrow einheit schon der lieutenant ist was sein könnte dass dann höchstwahrscheinlich die zweite einheit hier sein wird und da könnte man den gegner vielleicht überraschen und ich habe mich hier dafür entschieden bei diesem tomorrow mit der plus 1 oder variante zu gehen das bedeutet dass der lieutenant nicht nur einen lieutenant befehl bekommt einen lieutenant order sondern zwei und eben der die ok mit seiner nco regel darf ja die lieutenant befehle verwenden und diese ja dann sogar für das feierteam nutzen und das feierteam damit aktivieren wenn ihr team leader ist des feierteams und daher bilden diese modelle in kampfgruppe 2 zusammen dann eben noch ein duo feierteam und eben mit der möglichkeit die modelle auch austauschen zu können weil ja das nco auf dem spielfeld gilt und die nicht in einem feierteam sein müssen kann ich eben auch den lieutenant hier spielen eben dieses tomorrow modell ich weiß ja das ist das noch das uralt modell keine ahnung wann das rausgekommen ist ich habe mir die neuen noch gar nicht gekauft aber eben von den von spielen her könnte ich auch dieses modell hier als lieutenant spielen und trotzdem die möglichkeit ihm in diesem feierteam zwei lieutenant orders durch den bei ok als grüne normale order verwenden zu können um mehr flexibilität und mehr möglichkeiten zu haben und ja das war eigentlich schon die komplette 300 punkte liste so wie sie hier steht das sind 300 punkte nach in vier regeln aktuell und ich werde mich jetzt eben daran machen die modelle in nächster zeit zu bemalen mal starten mit dem was hier so grundiert ist und sobald es mir mal möglich ist zumal die temperaturen auch mitspielen werde ich hier die modelle dann grundieren und da um daneben die armee dann fertigzustellen ich denke wir werden uns in kürze dann mal mit einem update wieder hören in einem zweiten video der reihe wo ich dann mal einen kleinen zwischenstand gebe oder vielleicht bin ich dann auch schon fertig mit der bemalung und damit bis zum nächsten video vielleicht ist das wieder ein video der reihe vielleicht auch etwas anderes bis zum nächsten mal tschüss